Ich habe den Laden mal wieder aufgemacht und es lüppt. Kratsching macht es, die Leute rennen rein und wir machen Cash. Wir legen also los mit dem Trader Live Simulator 2. Zweite Runde und ich habe schon ein bisschen was gemacht und ich habe auch schon mächtig Theater wieder gehabt. Es hat sich übelst verbuggt mit meinem Fahrzeug. Das steht irgendwo da hinten an der Straße auf dem Weg zum Großmarkt. Katastrophe, festgebackt. Jetzt habe ich gerade noch einen Kredit aufgenommen, weil ich komplett blank war. Bin zu Fuß jetzt hin und her gelaufen zum Großmarkt, habe Sachen reingestellt. Dann ist mir was ganz Wichtiges aufgefallen. Ich kann nichts verkaufen, was auf dem Fußboden steht. Das war mal so im ersten Teil, Fußboden oder halt auf den Kartons hier. Das geht leider nicht mehr. Heißt also, ich muss jetzt zusehen, dass ich die Artikel, die ich jetzt habe, auch immer direkt ins Regal rein stelle. Und das machen wir jetzt hier einfach mal. Ich habe hier gerade eben noch in der Bakery Törtchen und sowas gekauft. Die waren gerade im Angebot. Bei den Törtchen ist mir, beziehungsweise bei den Angeboten ist mir aufgefallen, das variiert ziemlich stark von den Preisen. Das heißt, es kann zwar im Angebot sein, aber es ist auch manchmal grün markiert mit Angebot. Und dann ist es nur, in Anführungszeichen, ja der gleiche Preis. Aber halt irgendwie gemarkert im Angebot. So, das wollen wir natürlich nicht. Zap, 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 zap. Das heißt, ich habe jetzt mal ein bisschen gekauft. Verschiedenste Artikel, die gerade einen sehr, sehr guten Preis haben. Also, deutlich unter dem Normalpreis. Wenn man dann im Shop ist, sieht man das auch genau. Und ja, wie weit der Preis halt vom Originalpreis entfernt ist. Ja, hier unten habe ich noch ein paar Sachen reingestellt. Das wird ja auch daraus verkauft, aus diesem kleinen Regal. Das hier mit dem Kuchenregal, das ist jetzt neu. Ich lasse das erstmal hier alles so klein und übersichtlich. Hoppala. Klein und übersichtlich. Wir brauchen ja nicht den gesamten Shop hier. Ähm, genau. Ich habe hinten immer noch hier meine Toilette drin. Und die Leute rennen hier rein und erglückt. Und ja, sie kriegen einfach noch nicht alles das, was sie wollen. Ich muss, glaube ich, jede Menge Chips kaufen. Ich habe 130 Tacken. Ich weiß gerade nicht, wie spät es ist. Warte mal, hatten wir nicht? Doch, hatten wir. Das ist hier eine App, die Taxi-App. Ich musste mir eine Taxi-App holen. Das Ganze hin und her gelaufen ist, dauerte ewig. Dann musste ich zusehen, dass ich mir die, ähm, ich bin zum Arzt. Hat wieder, ich habe jetzt 250 für den Arzt ausgegeben. Ich habe 250 für die Taxi-App ausgegeben. Ich habe 50 für das Taxi-Fahren ausgegeben, hin und her. Ähm, ich habe 400 ausgegeben für das Regal. Alter, was? Ich habe gerade, ich habe gerade richtig Kohle ausgegeben. Ungefähr 1000 Dollar ausgegeben. Ähm, wenn das jetzt nichts wird, ist das Ganze durch. Wenn das jetzt hier nichts wird mit dem nächsten Tag, ich muss jetzt mindestens 200, muss ich jetzt raus holen, ähm, für die Kosten, für die Personalkosten. Ich glaube, in diesem Teil, im Teil 2, ist es nicht so sinnvoll, ganz früh das Personal abzugraden. Ich weiß es noch nicht. Also, die, das Update ist nicht so gewaltig. Es kommen nicht so wahnsinnig viel mehr Leute hier rein, als dass es sich irgendwie lohnt. Es sind auch nicht zwei Kassen direkt offen, sozusagen. Ich kann es, ich kann es gerade noch ganz schwer einschätzen. Ich kann hier tatsächlich ja Sachen auch selber essen. Das hatten wir ja auch. Oh, requires a fridge. Oh, das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Ich brauche einen Kühlschrank. Und das habe ich natürlich nicht. Ei, ei, ei. Das heißt, die werden wahrscheinlich am nächsten Tag einfach verschwinden. Was ist denn, was sagen denn hier, was ist denn mein Status? Food ist eh bald weg. Ich baller mir erstmal so ein Ding rein. Wie viel bringt das denn? So ein Törtchen. Komm, lecker Törtchen, Alter. Können wir uns mal reinkönnen, wa? So, Player. Siehst du, da gönnt ich mir direkt noch ein Törtchen. Komm, Otto. Kuchen geht immer halten. Wenn ihr schon satt bist, egal. Aber ein Stück Kuchen oder die ganze Torte, renn damit. So, wir haben 18 Uhr. Ich glaube, um 21 Uhr war der Laden dicht. Ja, wie gesagt, ich habe hier alles drauf geballert. Hier ist jetzt alles drauf. Das sieht aus wie ein Rümpelkeller. Hauptsache, das ist hier oben drauf irgendwie reingestellt. Und dann ist das Jod. Denn dann verkauft es sich hier, ihr wisst wahrscheinlich noch hinten, hier in der Ecke, hinten stand alles rum auf dem Boden. Da habe ich das als erstes ausgepackt. Davon wurde nichts verkauft. Komplett nichts. Er ist übrigens auch der Allergeilste. Er hat so richtig den Swing in den Hüften. Abgefahren, ey. Aber ich glaube, das haben die alle. Ich glaube, das haben die alle. Die laufen hier alle einfach übelst sexy durch die Gegend. Alter. Einfach zu cool. Der Zombie mit seinen weißen Augen. Sehr geil, ey. Ja, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich muss ehrlich sagen, ich bin momentan so ein bisschen gefrustet, weil mir die Karre kaputt gegangen ist. Und theoretisch, also wahrscheinlich kriege ich das irgendwann nochmal so ein bisschen gedreht, das Ganze. Kostet mich aber dann schon wieder 250. Ich bin ja froh, dass ich selbst wieder heile bin. Das heißt, ich kann jetzt hier auch wieder rennen. Das ist schon mal richtig gut. Status Player. Habe ich schon wieder was verloren oder was? Ich habe auf jeden Fall mich reparieren lassen. Hat 250 gekostet. Ich kann wieder rennen, das ist richtig gut. Ich muss wahrscheinlich den Kredit abbezahlen. Ich muss das Personal bezahlen. Ich muss das Personal bezahlen für 200. Ich bin gespannt, wie das jetzt gleich weitergeht. Wenn das nichts wird, dann muss ich leider neu anfangen. Das ist leider mit diesem Verpacktsein, guckt euch die Strecke an. Das ist alles so weit auseinander. Ich weiß auch nicht, warum die Map so, also wofür ich da, also das ist auch so ein Ding, das verstehe ich überhaupt nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Es gibt so, es gibt ja verschiedene, da hinten steht die Karre. Es gibt ja verschiedene Trading Simulations Games. Aber die, also warum man, opala, warum man so eine Welt ringsherum aufbauen muss für das Ganze, das kriege ich einfach nicht hin, Alter. So, hier die Karre. Gibt Gas, Algen. Richtig Gas. Und es gibt auch noch, das ist ja der Hammer, es gibt auch noch, hier in der Ecke steht auch noch, Reset Vehicle. Er resettet aber nicht. Selbst das Resetten ist verbuggt. Da musst du erstmal drauf kommen. Hier. Ich hab schon alles aufgemacht. Ich hab schon vor und zurück. Was meinst du, wie viele Minuten ich hier schon drin gehockt hab? Kannst du ja komplett knicken. Guck dir ab mal an. Der fährt immer noch wieder, ne? Der fährt auch gleich immer schneller. Wart mal ab. Guck dir das an. Ich lass den jetzt erstmal stehen hier. Und lass den dann später irgendwann mal. Ich mach aber mal Pause. Nicht, dass der... So. Ähm. Ja. Komplett verbuggt. Ich lauf nochmal, ja. Ich lauf nochmal, weil ich schon mal hier bin. Renne ich nochmal zum Shop und hole ein paar Artikel nach. Ähm. Genau. Der Plan ist, wenn ich... Wenn ich die Kohle habe. 250. Für einen Abschleppdienst. Dann lass ich den abschleppen. Und dann ist der da hoffentlich weg. Guckt euch das an, wie weit das ist. Zurück fahr ich. Äh, zurück fahr ich mit dem Taxi, ja. Ich muss über die Brücke. Aber das sind halt... Das Taxi kostet... Also die App kostet 250. Und dann kostet die Taxi-Gebühr... Auch nochmal 25 pro. Was soll... Wofür brauche... Wofür zahle ich dann die App? Wofür zahle ich denn die App? Katastrophe auch, ey. Absoluter Wahnsinn. Wie weit das hier ist. Ghost Town. Zombie City, Alter. Es ist der Hammer. Diese ganzen Kabelagen hier oben. Wie kommt man auf die Idee, das so zu machen? Es ist doch viel einfacher, eine gerade Strecke zu machen. Als sowas Krummes. So, ich bin angekommen. Wait a minute. Wer ist er denn? Nee. Oh ja, ich hatte hier noch einen... einen Snack, den konnte ich aber nicht essen. Weißt du, da denkst du... Guck mal hier, dass so ein Sandwich schon eingepackt ist. Ich kann das gar nicht essen. Ich kann nur Fast Food und so ein Scheiß essen. Wer ist er denn? Sammy. Hey Sammy. Hello there. You are the new supermarket owner on the main road. Ja, ich bin der Supermarktbesitzer auf der Hauptstraße. Ist so. I can do you a little favor if you pay me 50 Tacken, I can build a new wall in front of your shop. A new wall in front of your shop to make look much better. Ich mach das mal für einen Fuffi. Pay 50. Thank you, God, sir. I will come to your shop and start working tomorrow. Enter, exit. Hier ist er weg. Jetzt ist er einfach weg. Wie viel hält? Ja, genau. Hier sieht man es jetzt nochmal. Normal Preis und aktueller Preis. Und das schwankt eben. Guck mal hier. 11 zu 12. Das ist halt nicht viel. 15, 15. Gleicher Preis. Und so weiter. Ich möchte jetzt nur so ein paar Sachen kaufen. Und zwar die Dinger. 10, 10. Die laufen erstaunlich gut. Ich kaufe die zweimal. Die hab ich schon. Die hab ich nochmal gekauft. Wobei der Preis auch echt gut ist. Das ist ein 6 Dollar Unterschied. 6 Dollar Gewinn. Ich glaube, ich kaufe mir einfach noch so ein Teil. Und haben wir noch irgendwas mit einem guten Preis. 14, 15. 5, 5. 10, 10. 1 Dollar Unterschied. 1 Dollar. Das ist halt direkter Gewinn. 4 Dollar Gewinn. Das ist halt... Der Gewinn liegt im Einkauf, Alter. Ich sage dir. 7 Dollar Gewinn. Kostet aber 33. Mache ich trotzdem. 7 Dollar. 8 Dollar. Okay. Das sind die Artikel, die ich habe. Ich habe kein Geld mehr für ein Taxi. Weil ich 200 Dollar noch brauche fürs Personal. Das heißt, ich renne jetzt wieder zurück mit den 5 Kisten in der Hand. Was willst du machen? Dieses monotone. Egal auf welchem Untergrund. Ein Traum. Aber ich habe 5 neue Kisten. 5 mal neue Ware. Perfekt. Heißt also, wir können wieder Umsatz machen. Hier mit den Chips. Halt. So. Kriegen wir den hier noch hin? Nope. Nope. Da unten. Ja. Da unten passen sie rein. Das heißt, die stellen wir auch da mal hin. Da muss man halt gucken, was da reinpasst. Ich weiß nicht, warum man da hinten nicht gerade was reinstellen kann. Man kann es nur schräg reinstellen. Als ob da unten... Reden wir nicht drüber. Man kann es einfach nur schräg reinstellen. Schlimm. So. Ah. Ich hatte noch eine Box. Alter. Übertrieben. Aber nicht schlimm. Denn der Preis war okay. Der war jetzt nicht sehr gut. Er war okay. Und hoppala. Die tun wir mal hier hin. Er war okay, der Preis. Und von daher... Machen wir das doch einfach mal so. So versetzt. So. So. Jawohl. Also. Das kriegen wir doch alles so ordentlich hin. So einigermaßen. Und dann löppt das doch auch hier. So. Schön platzsparend alles ins Regal rein. Was haben wir noch? Cola-Flaschen? Klar. Muss. Muss. So. Die kommen aber hier oben drauf. Kann ich da... Ja. Danke. Dann kriegen wir das ein bisschen besser hin. Jetzt ist es vorbei hier oder was? Hä? Wollte ich da im Weg stehen? Braucht das Abstand? Das ist ja weird, ey. Guck mal, ich stehe jetzt hier mitten auf dem Regal, ey. Das habe ich mir damals im Handel, habe ich mir das früher mehrfach gewünscht. Einfach mal so zwischendurch lange Beine machen. Beim Flaschen auffüllen, Alter. Lange Beine, lange Arme. Naja, ein Leid hat es auch getan. So, was haben wir noch? Leckere Kekse. Ach ja, genau. Die waren, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Die nehmen ja viel Grundfläche weg. Und, äh, bieten gar nicht so viel... Also, sie nehmen viel Grundfläche weg. Und ich weiß auch nicht... Also, ich kann die da nicht reintun. Dafür sind die... Die sind ja irgendwie flach. Aber ich kann auch nicht übereinander stapeln, ne? Ich versuche die... Ich stopfe die mal hier jetzt so hin. Irgendwie so an die Kante vorne. Und das war's. Das war's. Einfach... Einfach Ende. So, was haben wir noch? Was sind da denn, Alter? Ach so. Äh... Cornflakes, sozusagen. Oat Flakes. Ne, das sind... Haferflocken. Auf jeden Fall war da ne... Ne wahnsinnig gute... Wahnsinnig gute Gewinnmarge dran. Sensationelle Gewinnmarge. Ich hoffe, die will irgendjemand haben. So. Alter, guck mal da oben. Geil. Vergammelt. Also, nicht geil, aber... Cool. Cool, dass das so ist. Weil ich keine frische Theke hab. Guck mal, da vorne sieht das aus, als ob es schneit, ne? Das... Es glänzt wahrscheinlich einfach wieder nur. So, theoretisch... Bin ich durch hier. Wir haben's drei Uhr. Und, ähm... Normal würde ich sagen, ich fahr mal eben in... In mein Haus. Aber diese Strecke, die ich jetzt laufe... Oh, da kann ich... Da muss ich auch nicht schlafen. Da... Da... Also... Da kann ich direkt wieder aufstehen und los. Ach ne, hier ist ja der Shop. Aber egal, die Straße runter. Na, ist nicht ganz so lange wie... Wie bis zum... Wie bis zum Shop doppelt. Boah, soll ich laufen, ey? Aber was hab ich davon? Ich könnte schlafen. Ich schlafe nicht. Ich mach den Laden zu. So. Und, äh... Gleich haben wir bestimmt schon den nächsten Tag. Kratsching! Macht es! Und auf einmal... Es ist sieben Uhr. Und der... Ja, Lichtschalter wird angemacht. Die Sonne ist mitten am... Mitten am Himmel. Es läuft. So, muck wieder. So. Sieben Uhr. Sieben Uhr mittags haben wir. Und es geht los. Es kann wieder... Gekauft werden. Das ist gut. Ich weiß nicht genau, wann er seinen Lohn haben will. Ich glaub so um acht, neun Uhr herum will er sein Cash. Das heißt, wir haben jetzt nochmal ein bisschen die Chance, dass ein paar Leute was einkaufen. Was mir gerade einfällt oder aufgefallen ist beim Rumwarten und Zeit totschlagen. Ich verrecke Stück für Stück. Trotz allem. Also. Natürlich. Muss man sich... Muss ich mich gleich wieder... Äh... Waschen und so Sachen. Ähm. Und ich trinke auch irgendwelche Sachen. Ich muss gleich wieder was trinken. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich muss irgendwie vielleicht mal mehr Wasser irgendwie holen. Weil ich hab jetzt gerade drei Flaschen Cola gesoffen. Was auch halt irgendwie ekelhafter Scheiß ist. Und nicht richtig was kostet. Und. Ich muss halt irgendwie was richtiges essen. Ich vermute das einfach mal. Weil irgendwie. Ich war erst beim Arzt. Und jetzt bin ich schon hier. Ich kann schon bald nicht mehr... Ich kann bald wieder nicht laufen, oder? Bei 25% werde ich glaube ich automatisch wieder langsamer. Also wenn das wirklich der Fall ist. Alter, da wär's mal ordentlich abgeseilt, ey. Äh. Wir haben kein Papier. Deswegen geht das direkt mit dem Wasser alles raus. Ist sowieso sauberer. Glück der Lachs. So. Jo. Und so ist jetzt gerade der Stand der Dinge. Ich muss sagen... Ich muss sagen... Achso. Ich muss sagen... Ich wese nicht genau, wie das hier weiter geht. Ich frage mich gerade... Wollte hier nicht einer was bauen? Für 50 Tacken? Oder wollte das einer bauen? Vor meinem Haus? Noch steht hier keiner und baut was. Irgendeine Wall. Irgendein... Was auch immer. Also die Kohle kommt jetzt. Das läuft. Also diese Laufzyklen, ne? Übrigens kommen die... Also hier spawnen die ja. Einfach aus dem Nichts. Irgendwo. Plöppen die auf. Da. Zack. Plöpp. Und laufen da hinten lang. Ich dachte erst, die spawnen da alle da hinten. Und rennen hier... Ne. Und die da hinten spawnen... Die rennen hier einfach lang. Und die spawnen... Dann irgendwo da oben. Dann sind sie auf einmal da weg. Ich dachte erst, die rennen quer über die Straße. Hab schon gedacht, dass ich dann irgendwann zufällig einen überfahre oder was? Ne, machen sie nicht. Sind bloß einfach die gleichen Leute. In der gleichen Reihenfolge. Die dann hier einfach spawnen und da hinten verschwinden und dann spawnen sie da und verschwinden hier. Einfach... Einfach abgefahren. Ich renne jetzt tatsächlich mal bis zu meiner Butze. An dem... An dem... An dem... An dem Police Department vorbei. Alter, fall da. Und ich dachte, der baut hier jetzt vielleicht irgendwas. Aber hier wird auch nichts gebaut. Hier wird nichts gebaut. Ne. Muss ich schlafen? Vielleicht muss ich schlafen. Wir gucken mal. Ich meine, Kohle kommt ja rein. Theoretisch müsste ich jetzt gleich ganz viel Geld haben. Wenn nicht, ne. Wenn es gleich Zeit verstreicht. Doch, ich habe mehr Geld. Habe ich tatsächlich. Respekt. Und mein Auto ist wieder da. Oh, wie gut. Mein Auto ist wieder da. Oh, wie gut. Endlich die Karre. Alter. Ha, ha, ha. Ab geht es. So. Mann, Mann, Mann. So. Die geilste Karre. Und da ist er, Dude. Moinsinn. In order to start the work first, I need some money to get some. Jetzt aber. Sag mal. Bist du irgendwie dumm oder was? Hör mal, Aladin. Hast du irgendwie. Was ist denn mit dir? Ist das irgendwie deine Masche oder was? Hör mal. Wenn du willst. Ich baue dir was hin. Kostet aber ein Fufi. Ja, alles klar. Dann mach. Ja, aber jetzt bin ich ja schon hier, ne? Bevor ich anfange, da brauche ich aber noch ein bisschen Geld. Weil für die Materialien kosten Hunderter. Ah, okay. Und gleich bevor du anfängst, brauchst du dann auf einmal nochmal neue Galoschen oder was? Kostet dann auf einmal 200 oder wie? Das kannst du ja nicht ausdenken. Was ist hier los? Mein Laden war wieder zu. Mein Laden war wieder zu. Was sagt die Zeit? Ich habe aber... 8 Uhr. Hä? Okay, ich habe minimal irgendwie gepennt. Ich habe irgendwie gar nicht gepennt. Ich weiß es nicht. Ist mir auch wurscht. Irgendwie lübtert schon. Irgendwie lübtert schon. Es fehlt die Vorspulentaste, ich sage dir. Da ist der gleiche Dude. Zweimal. Nicht schlecht. Ähm. Ne, ne. Bei dem war gerade schon Fail. Was wollte der denn? Sehe ich denn, was die wollen? Ne. Bananenbrot. Cola Bottle. Beim letzten Mal war es... Hatte man irgendwann auch gesehen, was die gerne wollten, aber nicht bekommen haben. Ja. Ja. Also, ich bin gerade ein bisschen in der Bredouille, weil ich einfach nicht genug Kohle mache. Das Ganze ist... Auch hier wieder, wieder der gleiche. Das Ganze ist echt... Ach nee, doch nicht ganz. Das Ganze ist echt schwierig, ey. Also, man kommt nicht so schnell an Kohle ran. Ich glaube, für den Progress gehe ich jetzt hier einfach mal hin. Ich will einfach wissen, was hier passiert. Okay, der verarscht mich. Okay, der verarscht mich. Der verarscht mich einfach. Der verarscht mich einfach. Komplett. Vorher schon gewusst, dass er mich verarscht. Ich würde ihm niemals Kohle geben. Morgen steht er hier und will irgendwas haben für 200. Safe. Ich habe 79 Tacken. Ich komme überhaupt nicht mehr aus dem Quark hier, ey. Und der Rhythmus, ne. Also, du kannst es dir auch nicht ausdenken, ne. Der Rhythmus der Kunden... Das ist so dumm. Das ist so maximal dumm. Ich kann auch nicht mehr, ey. Da fällt ja auch echt nichts zu einer. Jetzt kommt der nächste. Immer der gleiche beschissene Rhythmus. Du hast nicht mal irgendwie eine Rushhour. Oder dass da irgendwie auf einmal irgendwie mehr... Da ist jetzt noch nichts los. Ja, der findet irgendwie nie was bei mir. Der kommt jetzt gleich noch ein zweites Mal, oder? Ne. Also, echte Katastrophe, ey. Und da habe ich das schon so liebevoll hier hin platziert, ne. Ich habe mir ja extra Mühe gegeben. Hier alles schön hin dekoriert. Die lecker Kuchen. Hier die Pringels. Und was nicht alles. Alles schön hin dekoriert. Der Weichspüler. Irgendein Glasreiniger. Hier. Das war schweineteuer. Schweineteuer. Da hat mich das Fünferpaket 400 gekostet, oder was. Autoreinigungsmittel. Wer braucht das nicht? Ich werde einfach weich. Ich werde einfach weich. Und er, er will auch einfach... Er kann auch nicht mehr. Er kann auch nicht mehr. Also, er lebt seinen Job auch wirklich. Er lebt seinen Job und liebt ihn auch. Er ist auch ein bisschen verkrampft. Er ist aber auch nur ein bisschen verkrampft mit seinen Fingers. Nur ein bisschen. Ich befreie dich. Keine Sorge. Ich befreie dich hier, Alter. Jetzt ist er schon wieder. Der Scheich, Alter. Und das ist das ganze Game. Das ist das ganze Game, Alter. Das ist das ganze Game. Ich habe schon einen Kredit aufgenommen von 1000. Ich habe einen verdammten Kredit aufgenommen. Ich fahre noch eine Runde. Ich brauche ein bisschen Luft. Wenigstens ist es eine geile Autofahr-Simulation, Alter. Ja. Bestens. Drift-Simulator, Alter. Wenden in einem Handbremsenzug. Jawohl. Ah, so gut, ey. Okay. Hilft alles nix. Hilft alles nix. Ich glaube, das reicht. Ich bretere hier noch ein paar Runden rum. Und vielleicht gibt es irgendwann ein Update zu dem Game. Und dann gucken wir uns das vielleicht nochmal an. Vielleicht. Kann ja nur besser werden, oder? Rinn gehauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.